Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Shreducation YouTube-Kanal. Heute geht es um ein Thema, was alle von euch beschäftigen könnte, die in einer Band spielen. Und ja, das Thema lautet simpel und ergreifend, wie probe ich möglichst effektiv in meiner Band. Effektives Bandproben ist das Stichwort hier. Und es gibt wirklich eine Menge Bands, die machen gute Musik, das sind gute Leute, aber die kriegen es nicht hin, gescheit zusammen zu spielen. Denn es gibt so ein paar Fehler, die man da an den Tag legt, die sich einfach eingeschlichen haben und über die man im ersten Moment gar nicht so nachdenkt. Und ich denke, dass effektive Bandproben wirklich eine sehr wichtige Sache sind, denn im Prinzip üben wir ja in dem Moment das, was wir später auf die Bühne bringen. Man kann zwar als Einzelperson stark sein, das ist wie beim Fußball, ja, wenn Cristiano Ronaldo zu Hause seine tausend Tricks macht, super, aber der braucht auch ein effektives Team, was einen in Szene setzt und so weiter und so fort. Und genau das Gleiche gilt ja auch für Musiker. Das heißt, du kannst der beste Liedgitarist der Welt sein, aber wenn deine Band es nicht schafft, dich irgendwie in Szene zu setzen, ja, oder du kannst auch der beste Frontmann, der beste Sänger der Welt sein, wenn deine Band es nicht schafft, Tide zu spielen, gut zu spielen und das Ganze in Szene zu setzen, dann nützt es dir letzten Endes nicht so viel. Und deswegen solltet ihr wirklich darauf Wert geben, eine gute Bandprobe einmal die Woche oder wann auch immer, was auch immer euer Rhythmus ist, ja, an den Tag zu legen. Ich habe heute vier Tipps dabei, die euch dabei helfen könnten. Tipp Nummer eins ist die Aufstellung und Proberaum. Und da unterscheide ich einmal zwischen zwei Aufstellungen, die ich vorzuge. Das eine ist für das musikalische Proben, so nenne ich das, ja, wo es wirklich darum geht, die Musik erstmal gut auf die Reihe zu kriegen. Musikalisches Proben, dabei sollte man wirklich auf Blickkontakt achten, ja. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, hinter mir steht Schlagzeug und die Zuschauer stehen da vorne. Das ist also diese Bühnenansicht, ja, in der viele proben. Ich würde es anders machen. Ich würde es so machen, dass man wirklich in einer Art Kreis, sondern einem Vier- oder Dreieck, je nachdem wie viele Weltmitglieder man hat, dass man sich in so einer Art geometrischer Form aufstellt, so dass alle leicht zueinander Blickkontakt haben, dass man sieht, was der andere macht. Das hilft ja eventuell auch manchmal, wenn man mal dem anderen Gitarristen aufs Griffbrett guckt oder wenn man mal guckt, wo der Schlagzeug gerade ist oder was der gerade macht, ja, um gewisse Abläufe einfach nochmal ein bisschen mehr zu überprüfen, auch selber vielleicht zu verinnerlichen. Und, ja, dadurch hat man einfach ein ganz gutes Klima, was wirklich in erster Linie da ist, um musikalisch gut zu proben, ja. Und so fallen auch Absprachen leichter und so weiter und so fort. Das ist also Tipp Nummer eins, wirklich in so einer geometrischen Form zu proben. Die andere Art von Proben ist für mich Performance-Proben, ja. Dabei stellt man sich so auf wie auf der Bühne und macht auch wirklich das, was man auf der Bühne macht. Das heißt, ich habe noch ein anderes Video zur Bühnen-Performance, zur Live-Performance, das könnt ihr euch angucken unten in der Beschreibung, einmal einen Link dazu. Aber wenn ihr das Ganze probt, solltet ihr es natürlich auch so umsetzen, wie ihr es live umsetzen möchtet, ja. Das heißt, wenn ihr von A nach B rennt, dann rennt auch im Proberaum von A nach B. Okay, wenn ihr hin und her springt oder klatscht oder was weiß ich, das Publikum einbindet, dann macht das auch im Proberaum, ja. Auch wenn da kein Publikum ist, auch wenn ihr euch bescheuert vorkommt, wenn ihr erst mal klatscht, das bringt Routine und das bringt diesen ganzen Ablauf wirklich bei euch nochmal ein bisschen besser rein, so dass ihr nachher auf der Bühne etwas entspannter an den Tag gehen könnt und das Ganze eventuell souveräner meistern könnt. Tipp Nummer eins, also wirklich Aufstellung beachten und je nachdem, was euer Ziel ist, ob ihr die Performance üben wollt oder ob ihr erst mal musikalisch am Anfang alles auf die Reihe kriegen wollt, ja. Je nachdem müsst ihr das Ganze anpassen. Tipp Nummer zwei ist Disziplin beim Proben, ja. Es gibt Proben zu verschiedenen Anlässen, sag ich mal, mit verschiedenen Motivationen. Es gibt natürlich Bands und da möchte ich jetzt auch natürlich nichts Schlechtes drüber sagen, das ist ja alles okay, die beim Proben eher so entspannen wollen, ja. Man hat dann vielleicht nicht die geeigneten Musiker einer Bands, sondern eher Freunde, die man länger kennt, mit denen man einfach mal zusammen was starten möchte und man kommt einmal die Woche zusammen, um einen entspannten Alltag zu haben, um vielleicht mal von zu Hause zu flüchten, ja, einfach mal raus aus dem Alltag und, ja, wirklich echt einfach nur dort sitzen möchte, entspannt ein bisschen Musik irgendwie da drin möchte und vielleicht ein Bier trinken möchte, sich unterhalten möchte, ja. Das sind Bandproben, ist alles okay, aber das sind Bandproben, die nicht sonderlich effektiv sind und, ja, wenn wir mit der Band was erreichen möchten und ich rede jetzt vom Erreichen, natürlich sagen viele Leute auch immer, ja, wir wollen ja keine Profis werden oder was weiß ich, muss ja auch nicht jeder ein Profi werden, sondern muss einfach nur ein übergeordnetes Ziel haben, ja. Wenn euer Ziel ist, einmal im Monat einen Gig zu spielen oder einmal oder zweimal im Monat einen Gig zu spielen oder vielleicht auch mal ein bisschen Geld zu verdienen oder so weiter, dann solltet ihr dementsprechend auch diszipliniert proben. Und diszipliniert proben heißt, dass man ein paar Regeln beachtet. Proben ist Arbeit, ja, ihr seid also, wenn ihr auf der Probe seid, seid ihr auf der Arbeit. Die Arbeit darf natürlich Spaß machen, klar, aber ihr seid dennoch wirklich an einem Umfeld, in dem ihr effektiv an einem Ziel arbeiten möchtet. Und da solltet ihr darauf achten, dass jeder wirklich konzentriert bei der Sache ist, ja. Das heißt, wie bei der Arbeit, da verhält man sich ja auch nicht so wie zu Hause, sonst hat man sich bei der Probe natürlich auch konzentriert mit dem beschäftigen, was sie überhaupt vor sich geht und das Ganze nicht einfach nur runterleiern, ja, sondern wirklich mit dem Kopf dabei sein. Dazu zielführend sind zum Beispiel solche Sachen wie, wenn jemand was zu sagen hat, das Instrument einfach mal kurz beiseite zu legen oder was mal auszumachen, ja, nicht rumzudatteln, ja, ich kenne das, das kennt jeder von uns und die Leute, die vielleicht ein bisschen jünger unter euch sind, die kennen das besonders in irgendeiner Schulband und auch, ich kenne auch einen Erwachsenen, die machen das immer noch, ja, man will irgendwas sagen, ja, hier den Takt, da hast du dich verspielt oder da passt das Film besser oder da lass uns mal das machen, da möchte er irgendwas erzählen, irgendwas Wichtiges und irgendwann düdelt und spielt ein Solo oder hier, guck mal, was ich gelernt habe und so, ja, das ist, das geht überhaupt nicht, das ist ein No-Go, das ist immer total nervtötend und total belästigend, finde ich und das sollte man einfach wirklich nicht machen, ja, andere Sachen, die mir oft, ja, ein bisschen Bedenken bereitet haben, sind, dass zum Beispiel konstant Leute bei Bandprobe da sind, irgendwelche Freunde, meine Freundin, dies und das, klar, es kann immer mal jemand vorbeikommen, um zu gucken und der ist natürlich auch in diesem Moment ein Gast da, finde ich, ja, das heißt, wir arbeiten und jemand ist ein Gast, der hat sich dann irgendwo hinzusetzen, ja, und nicht die ganze Zeit zwischenzufunken und Schatzikus und so weiter und so fort, sondern das ist wirklich ein Gast, der sich auch verhalten muss wie ein Gast, der, ja, gerade nicht aktiv im Geschehen sozusagen dabei ist, ja, und am besten ist es sowieso, wenn man größtenteils alleine probt. Man kann auch mal Leute einladen, um mir was zu zeigen und wie gesagt, mein Freund oder eine Freundin ist alles okay, aber man muss sich immer noch klar machen, wir arbeiten hier und auf der Arbeit nehme ich auch nicht jeden Tag meine Freunde mit, ja. Dementsprechend wirklich Gäste reduzieren auf ein Minimum und wenn, dann, ja, sollten die sich auch dementsprechend verhalten und da muss man auch keine Angst haben, mal der Freundin zu sagen, hey, Schatzi, wir arbeiten gerade, wir haben nächste Woche einen Auftritt. Später, ja, setz dich mal hin und gut ist oder auch dem Freund oder was weiß ich, ja, das ist total legitim in meinen Augen. Disziplin sind wir nämlich beim nächsten Thema, das ist eine Disziplin, die nicht bei der Probe angelegt werden muss, sondern die eigentlich im Vorfeld schon stattfindet. Das ist nämlich einfach das Üben der Sachen, die wir spielen, ja. Die Probe ist dafür da, dass die Band miteinander eine musikalische Darbietung übt. Und die Probe ist nicht dafür da, um, äh, wie ging das Riff nochmal und, oh, ich hab das vergessen, wie, welcher Part und, ne. Ja, das sehe ich ganz oft bei Amateurbands, dass die Leute unvorbereitet zur Probe kommen. Ja, und das ist ein absolutes No-Go. Wenn man in einer Band, in einer Coverband beispielsweise, jetzt einen Song, sich auf einen Song einigt, dann muss man den zu Hause vorher einfach lernen. Kann ja sein, dass der eine eine andere Tabellatur hat und statt einem G da ein Fiss spielt oder was weiß ich. Das sind natürlich Kleinigkeiten, die bei der Probe ausgemerzt werden können, kein Ding, ja. Aber unvorbereitet und so ein bisschen planlos zur Probe kommen, das geht nicht, ja. In einer Band muss man natürlich auch auf die anderen Leute Rücksicht nehmen. Und wenn sich jetzt wirklich jemand total ambitioniert verhält und alles zu Hause übt und dann kommt der Nächste zur Probe und kann davon gar nichts, dann hat man natürlich auch, finde ich, immer, das ist so ein respektloses Verhalten. Die anderen Leute haben Zeit aufgebracht, um gescheit zur Probe zu kommen. Und man selber ist dann da und kann das alles nicht und, hm, ist eine kritische Sache für mich. Wie gesagt, die Probe ist nicht der Ort, um die Songs zu lernen, das muss zu Hause gemacht werden. In der Probe geht es wirklich nur um das reine Zusammenspiel der Band. Deswegen heißt es ja auch Bandprobe, ja. Tipp Nummer drei, vorbereitet zur Probe kommen und zu Hause schon üben im Vorfeld. Tipp Nummer vier und der letzte Tipp für dieses Video ist, die Lautstärke und den Sound zu beachten. Die Probe ist natürlich kein Gig, ja, das heißt, es wird euch keiner irgendwie krumm angucken, wenn der Sound nicht perfekt ist, aber zum effektiven Proben gehört natürlich auch ein Sound, mit dem man überhaupt effektiv proben kann. Ich kenne das von früher, da hatten wir einen total lauten Schlagzeuger und immer, wenn man sagte, ja, spiel mal ein bisschen leiser, nee, geht nicht, Schlagzeug ist ein lautes Instrument und so. Klar, ist richtig, ja, aber man kann auch auf die Snare so hauen und man kann auch so drauf hauen. Es gibt verschiedene Techniken und es ist definitiv möglich, Schlagzeug auch nicht ganz so laut zu spielen, ja. Und da sollte man zum Beispiel, was ich damit sagen möchte, auf Lautstärken achten, ja. Und bei Instrumenten, die man steuern kann, wie E-Gitarre, Bass, Gesang, sollte man natürlich darauf achten, dass es alles auf einem Pegel ist, der, ja, ausreicht, um es zu hören, aber nicht zu laut ist. Denn auch wenn man auf laute Proben steht, nach einer Stunde gibt das Gehör irgendwann auf, man hört die Fehler nicht mehr, ja, und es wird träge und es wird müde und man hat keine Lust und man hat Kopfschmerzen, ja. Das ist alles nicht zielführend, auch wenn es vielleicht in der ersten halben Stunde Bock macht, alles auf 10 zu drehen. Und, ja, man hört die Fehler natürlich nicht so raus. Die Probe ist ja auch da, um Fehler rauszuhören, ja. Und deswegen heißt das ja Proben, wenn man irgendwas probt und wenn man die Fehler nicht raushört, ja, dann ist die Probe dementsprechend auch umsonst. Und umso lauter alles gedreht wird, desto weniger hörst du die ganzen Details und Fehler raus und kannst vielleicht auch andere Leute gar nicht mehr auf irgendwas aufmerksam machen, ja. Wenn man weiß, dass man selber perfekt spielt, ja, angenommen, es gibt jemanden, der spielt perfekt und man weiß, dass man alles richtig macht, ja, dann mach es wenigstens so auf so eine Lautstärke, dass du andere Sachen noch hörst, sodass du vielleicht andere Leute auf ihre Fehler hinweisen kannst, ja. Leises Proben ist in jeder Hinsicht wesentlich angenehmer. Und Spruch, den natürlich alle kennen, so laut wie nötig und so leise wie möglich, ja. Das ist, das sollte man wirklich an den Tag legen. Wir zum Beispiel bei Majesty Proben mit In-Ear-Monitoring, das heißt, da ist es sowieso egal. Das ist aber natürlich auch eine kostspielige Sache. Man muss sich Empfänger kaufen und Sender und abgeschirmte In-Ear-Kopfhörer und so weiter und so fort. Da ist man gerne mal im günstigsten Fall ein paar hundert Euro los, bevor es überhaupt losgehen kann. Ja, wenn das für euch eine Option ist, macht es auf jeden Fall, wenn ihr das Budget habt dafür und ausgeben wollt. Seitdem ich mit In-Ear spiele, spiele ich wesentlich besser. Und ich glaube, das sagt auch wirklich jeder, der mit In-Ear spielt oder gespielt hat. Aber wenn das nicht in eurem Budgetrahmen ist, dann macht es wirklich mit einer Kompromisslösung. Wie ich gerade sagte, so laut wie nötig, so leise wie möglich. Das ist zielführend, so probt man angenehmer und effektiver. Ich hoffe, dass euch diese Tipps gefallen haben und dass ihr vielleicht auch das eine oder andere Szenario durchaus nachvollziehen könnt und jetzt mit diesen Tipps an den Proben effektiv arbeitet. Und ja, wenn ihr Vorschläge habt für weitere Videos, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt, dann alles in die Kommentare. Wir probieren alles zu lesen und zu berücksichtigen. Und generell würden wir uns freuen, wenn ihr nochmal auf unserem Kanal vorbeischaut. Wir haben dort ganz viele Tutorials, Lessons, Tipps, Videos, Playthroughs, Reviews. Alles rund um das Thema Musik und vor allem um das Thema Gitarre und E-Gitarre. Und ja, ganz cool wäre es natürlich, wenn ihr abonnieren würdet, um kein Video mehr in der Zukunft zu verpassen. Vielen Dank für das Einschalten und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.